Nicht Ärzte, dafür Velofahrer gehen die Niederstädte bei Uzzwil auf Barrikade. Grund, ein Stein, der unsanftes Ende vom Velowag signalisiert. Der hat auch schon ein erstes Opfer gefordert. Eine Frau hat sich beim Zusammenstoss den Fuss gebrochen. Darum die Forderung, der Stein muss weg und zwar sofort. Dominik Ledergerber. Dieser Stein bringt Velofahrer zwischen Schwarzenbach und Niederstädten in Rage. Weil hinter ihm die Renaturierung der Strasse noch nicht abgeschlossen ist, geht der Velowag an dieser Stelle abrupt zu Ende. Die Velofahrer müssen darum die Hauptstrasse überqueren. Vorausgesetzt, sie sehen das robuste Hindernis überhaupt. Eine unzumutbare Situation findet Ottmar Sauter. Der rüstige Rentner aus Münchweilen fährt schon seit 80 Jahren Velo. Über diese Blockade kann er aber nur den Kopf schütteln. Da hat wirklich einen Verstand verloren. Wenn du da reinfährst und den Kopf anschlägt an einer Kante, kannst du dort sein. Scheitelbruch, absolut möglich. Dabei könnte man ein Band durchspannen, statt einen Stein hinzufügen. Gestern berichtet die Weiler Nachrichten von einem Unfall, der sich im September zugetragen hat. Eine Frau, die in einer Velogruppe mitgefahren sei, hat den Stein gespart gesehen und sich bei der Kollision den Fuss gebrochen. Für Ottmar Sauter ist klar, gerade für die Gruppe ist das Risiko besonders hoch, weil die einzelnen Velos hintereinander herfahren. Geht es nach ihm, muss der Stein sofort weg. Ja, von der Gemeinde verlange ich, dass der verschwindet und ein Band hingemacht wird, solange es da abgesperrt sein muss, wegen einer Überfahrt zu einer Gruppe. Und so ist mindestens vorwegweiser, dass man weiss, was kommt. Nicht einfach am Stein Leuchtkörper hinzufügen, Leuchtstreifen hinzufügen, dann ist man ja schon dort. Zuständig für Blockaden aus Beton ist das Amt für Bau und Infrastruktur zu Uzwil. Auf Anfrage von TVO rechtfertigt sich der Bauchef, wieso er sich gegen eine normale Baustellenabschrankung entschieden hat. Der Stein wurde gesetzt, um den Radfahrer vor dem Lkw-Verkehr der ehemaligen Kiesgrube zu schützen. Eine einfache Variante mit Absperrmaterial wäre bei dem schweren Baustellenverkehr sicherlich nicht lange an Ort und Stelle geblieben. Ein Dorn im Auge ist der Stein auch im Verein Pro-Velo-Wil. Für Daniel Schlepfer ist klar, bei der Verkehrsplanung hätten die Interessen der Velofahrer keine Priorität. Sie wären aufgenommen, aber sie wären sehr oft verzögert behandelt. Das heisst, wir warten, bis ein Strassenbauprojekt ist und ob man das von den Velofahrern noch mit einfliessen lässt. Oder dass man mal hinzugehen und sagen, jetzt wollen wir hier einen durchgehenden Veloweg und jetzt einfach mal machen, egal welche Strassen, die noch in der Planung sind, wird selten gemacht. Entfernt wird der Stein frühestens nächstes Jahr. Bis dort hin am Ansatzweiler Bauamt die Velofahrer zur Vorsicht.